Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Die zweite Folge der Game of Thrones Prequel-Serie House of the Dragon ist gelaufen und auch wir beim Tele-Stammtisch finden uns wieder für eine Nachbesprechung zusammen. Wie beim letzten Mal sind das Britt-Marie, die ohne Game of Thrones wohl aber die zweite Folge von House of Dragon gesehen zu haben, mit uns über die Folge spricht. Grüß dich! Hallo! Und Dom, mein Moderatorenkollege, der nicht nur wegen des Feuers in der Serie so langsam ins Schwitzen gerät, sondern weil bald auch die Herr der Ringe Recaps, beziehungsweise die Serie, äh, die Ringe der Macht ansteht. Hi! Walla, du Heeres, allein schon aus Trotz. Und ich, Paul, ich werde wieder durchs Gespräch führen. Zuallererst vielen Dank für euer Feedback und eure Kommentare unter der letzten Folge, allen voran auf YouTube. Dom und ich waren da ja hier und da auch schon aktiv und wenn ihr auch eure Meinung zu dieser Folge teilen wollt, dann hinterlasst sie doch unter dieser Ausgabe. Man sieht und liest sich da sicherlich auch diesmal. Außerdem wollen wir jetzt noch kurz vorab was richtig stellen. Äh, ja. Wir hatten ja, äh, zusammen den Ersteindruck gemacht zur Folge und, äh, da war das ja noch, Also da wurde ja so langsam erst nach außen kommuniziert, was die Serie jetzt überhaupt sein soll und da hatte ich gesagt, dass das Ganze eine Anthologie-Serie wird, also jetzt House of the Dragon. Und, äh, das gilt zwar immer noch, allerdings, äh, ist die Information, dass sich der, äh, Dance with Dragon, äh, Dance of Dragons, also der Drachentanz, dass der sich nur auf eine Staffel beschränken wird, wohl wirklich falsch. Es, äh, sind ja Anfang August bereits, äh, die Drehbücher zu allen zehn Episoden oder auf jeden Fall lange Zusammenfassungen des Inhaltes im Internet gelandet und HBO hat da ja tatsächlich sogar Klage für eingereicht, also scheint das wohl wirklich Gewicht gehabt zu haben. Es ist wohl wirklich so, dass diese Staffel eher damit enden wird, dass der Tanz der Drachen eingeleitet wird und dafür, äh, daher kann man davon ausgehen, dass, äh, die ganze Nummer wahrscheinlich so in drei bis vier Staffeln, äh, abgehandelt werden wird. Ja, das wird den, den ein oder anderen Gesichts- beziehungsweise Kritikpunkt, den wir hier vielleicht anbringen werden, nochmal in ein neues Licht rücken, wahrscheinlich. Gut, und bevor wir jetzt, äh, in die zweite Folge einsteigen, da geht's auch jetzt erst nochmal ganz kurz um die letzte Folge. Ich hab mir nämlich sagen lassen, dass euch beiden hier und da vielleicht noch was unter den Nägeln brennt. Das hast du nett formuliert. Ich hab noch Fragen. Ach was. Ich weiß immer nie so, ja, du mich auch, danke. Nein, also, ich weiß immer nicht, wie viel von dieser Frage schon beantwortet wird, wenn man's eben kennt oder nicht, aber da ich's ja nicht kenne, frage ich einfach. Also erstens, beim kleinen Rat gibt's immer so Marmorkugeln, die die, äh, Leute haben und die setzen die dann vor sich in so ein kreisrundes Schälchen oder was auch immer das ist. Und ist das sowas wie ein Redestab? Was ist das? Und kennt ihr das schon aus Game of Thrones? Mir ist jetzt tatsächlich erst aufgefallen, dass du das gesagt hast. Ja, also in, in, in Folge zwei ist es ja jetzt hier, glaub ich, nochmal ein bisschen präsenter oder auch schon in der ersten, aber, äh, also mir sagt es tatsächlich nichts aus Game of Thrones. Ich hab auch nochmal, äh, gesehen, dass es in den Trainern tatsächlich auch relativ prominent in Szene gesetzt ist. Also da sieht man's auch deutlich. Aber, also, äh, es kann jeder, äh, gerne in die Kommentare schreiben, der da doch ein bisschen bewanderter ist als ich, äh, was das genau zu bedeuten hat. Wobei ich eine Szene aus dieser Folge hab, die dem sehr nahe kommt und vielleicht, naja, gut, kommen wir gleich drauf. Mhm. Gut, das war die eine Frage, die ich hatte. Dann wollte ich nochmal fragen, das hab ich nicht richtig verstanden. In der Szene, das ist jetzt natürlich eine explizite Szene aus der ersten Folge, wo Damon mit seiner Nichte sich unterhält, schenkt ihr ihr doch eine Halskette und sagt irgendwie noch, es ist ein Teil von unserem Erbe, bla bla. Was hat es mit diesem Schmuckstück auf sich? Das ist eine, äh, Kette aus valyrischem Stahl, der ist sehr, sehr selten und, ja, valyrisch eben. Also, valyria, das hat für die eine besondere Bedeutung. Vor allem hat valyrischer Stahl eine immense Bedeutung in der Hauptserie, sagen wir es mal so. Okay. Also hier war es ja mehr so ein, äh, also wir sind eine Familie, ich binde dich an mich, äh, Ding. Aber gleichzeitig hat diese Szene mir auch echt massiv inzestööse Vibes gegeben zwischen dem Onkel und der Nichte. Und dann hab ich aber, dann hab ich aber gedacht, ach, vielleicht bildest ihr es ein. Und, äh, es hat sich ja dann auch ein bisschen, okay, ich wollt grad sagen, es hat sich dann etwas, äh, also in eine andere Richtung entwickelt im Laufe dieser ersten Folge. Deswegen dachte ich, okay, es ist vielleicht doch nicht so gemeint. Aber wenn ihr schon sagt, ja, dann, okay, gut, dann hab ich mir Ripp Marie, ich empfehle, ich empfehle dir, äh, gerne einen kleinen Kurzfilm, Meet the Targaryens. Ich habe absichtlich, ich habe absichtlich, kann nichts vorher mir angeguckt, weil ich dachte, geh da echt total blind und zum Großteil nicht wissend rein. Aber, äh, schon alleine in dieser Folge, die ja jetzt kommt, in der 2, kriegen wir ja diverse, äh, interfamiliäre Connections aufgezeigt, sodass das offensichtlich nichts, äh, erstaunliches ist. Ich hab halt gedacht, wir, wir beschränken uns zumindest mal auf Cousin 2. Grades oder so. Also, so ganz nah ist ja doch ein bisschen, hm. Aber naja, gut, das ist ein anderes Thema. Und eine Frage hatte ich noch, nämlich, der König schneidet sich ja öfter mal am Thron. Zum Beispiel hat er sich ja auch in den Finger geschnitten und dann hat er ja auch diese Rückenwunde und das scheint ja nicht abzuhallen. Also, die Ärzte sagen ja, es verheilt nicht und wir machen was wir können, aber es wird irgendwie nicht besser. Und da war meine Frage, ob der Thron vergiftet ist. Nein, wahrscheinlich. Also, ich nehme an, dass es eben aus dem Grund ist natürlich, dass er vielleicht öfter mal auf diesem sehr unbequemen Stuhl sitzt und deswegen, dass es auch nicht richtig die Chance hat, irgendwie zu verheilen und sich vielleicht auch immer wieder aufreißen. Das ist das pieksigste Möbelstück der Siebenkönigslande. Der pieksig ist da sehr euphemistisch ausgedrückt. Also, es wird ja am Ende angedeutet, dass er sich da auch nochmal schneidet und dass diese Wunde am Rücken da bei den Maestern auch nicht verheilt, dass sie schon alles mögliche versucht haben. Da wird wahrscheinlich angedeutet, dass Viserys eine Krankheit hat, ich glaube, die gicht, soweit ich weiß. Ja, oder aber eben die Frage, wendet sich der Thron quasi gegen seinen Inhaber? Ja. Ja, natürlich alles auch sehr symbolisch, unheilschwanger aufgeladen. Ich finde übrigens generell, vielleicht ist es ja was Typisches auch für diese Serie und vielleicht wird es auch etwas Typisches sein, aber ich finde, allein schon in dieser ersten Folge und jetzt auch in der zweiten, alles ist irgendwie so übersymbolisch, unheilschwanger aufgeladen, ohne Ende. Du kannst ja interpretieren, bis zum Tod umfallen. Als Fan hast du da bestimmt ja ein wirkliches Fan-Fest. Ja, also, ja, ja, das ist auch genau in Game of Thrones auch schon so. Aber ist es auch so, dass tatsächlich, apropos G.R.R. Martin, ist es dann aber auch so, dass der manchmal so Dinge auch einfach schreibt, beziehungsweise vielleicht auch die Drehbuchschreiber einfach schreiben und sie so Pseudo-Bedeutungsschwanger aufladen und am Ende führen diese Sachen irgendwie ins Nichts. Also, das wurde nur gemacht, um so eine Art, ja, äh, äh, wie sagt man, so eine Art, äh, Zuschauer-Baiting irgendwie zu machen. Ist das in Game of Thrones so gewesen oder hat alles am Ende zu irgendwas geführt? Ähm, also erstmal muss man natürlich bedenken, wir sind hier in einer sehr, sehr abergläubischen Welt. Und man merkt ja auch schon, also, weiß ich nicht, die, die Königin, die abgewiesen wird, die kriegt direkt einen Namen verpasst oder der, äh, Thron-Erbe, der, äh, mehr oder weniger im Kindsbett, äh, verstorben ist, bekommt auch einen sehr, sehr unschmeichelhaften Spitznamen. Und sagen wir so, George R.R. Martin macht sich das auch so ein bisschen zunutze. Es gibt nämlich einige Prophezeiungen in dieser Welt, insbesondere in Game of Thrones. Und er, äh, bedient sich dann aber gerade an der, an der, äh, Interpretationslust der Leute. Und meistens ist es aber so, dass sie, also diese Prophezeiungen, die gehen zwar auch in Erfüllung, auch in der achten Staffel Game of Thrones. Es ist aber allerdings sehr, äh, subtil, sag ich mal. Und der springende Punkt für George R.R. Martin ist, dass man Prophezeiungen niemals wortwörtlich nehmen sollte. Ja, und er, also er bricht auch natürlich mit diesen, mit diesen, äh, Erwartungen, zum Beispiel was Prophezeiungen angeht. Ja, natürlich. Er, eigentlich macht er sich sogar, also er, er nimmt eigentlich dieses Bedeutungsschwangere und bricht es dann aber immer wieder gerne auf. Weil es sind, wie gesagt, es gibt total Bedeutungsschwangere Prophezeiungen in Game of Thrones, die dann auch in Erfüllung gehen, aber in einer völlig anderen und sogar unspektakulären Weise. Also George R.R. Martin ist auch ein ganz großer Fan davon, dass wirklich jemand als jemand aufgebaut wird, der irgendwie zum, was weiß ich, Herrscher der Welt aufsteigt. Und dann, äh, geht er seinen Turm hoch und bricht sich den Hals, weil er auf der Treppe stolpert. Genau. Ja. Deshalb auch das, also, das ist ja auch ein Markenzeichen von Game of Thrones, diese unerwarteten, krassen Tode. Und insbesondere in der, in der ersten Staffel Game of Thrones hast du das ja so häufig, dass da irgendwelche Figuren aufgebaut werden. Und du denkst dir, oh, die, äh, sind jetzt über Jahre der Hauptgegner. Nö, einfach weg. Gut. Äh, Dom, hattest du auch noch was oder wollen wir in die zweite Folge einsteigen? Ja, ich hatte eigentlich nur Anmerkung, wir hatten eine Szene geskippt, äh, wo Alicent Hightower und Rhaenyra, äh, zusammen im Garten sitzen. Dann, glaub ich, auch irgendwas lesen über, über, äh, ähm, hier, ich glaub, die, die Ahnherren von Dorne und, äh, was da halt ein sehr wichtiges Detail ist, auch im Hinblick auf die Religion, die ja Britt-Marie letztes mal, glaub ich, angesprochen hatte. Wir sehen da tatsächlich einen Wehrholzbaum, also sie sitzen unter einem roten Wehrholzbaum, also diese roten Blätter und halt auch dieses, äh, Gesicht an, an den Bäumen ist ja, äh, Britt-Marie, das kann ich mal kurz erklären, an denen ist halt besonders, wenn man, wenn man dort reinschneidet, der Saft, der da rausfließt, der sieht aus wie Blut. Aber schreien die dann oder so? Oder wenn man in diese Gesichter reinschneidet? Nein, das hat damit nichts zu tun, aber es ist, okay. Das, das ist halt Teil der, der Religion, aber der springende Punkt ist halt, dass zu diesem Zeitpunkt diese Bäume hier noch stehen, weil hier das noch ein Überbleibsel der alten Religion, die, die alten Götter verehrt ist. Die gibt es nämlich eigentlich nur relativ weit hoch im Norden und im Süden ist mittlerweile der Glaube an die sieben, also an die neuen Götter, deutlich verbreiteter. Mhm, okay. Ich gebe zu, äh, shame on me. Ich hab nicht gesehen, dass da ein Gesicht im, äh, im, äh, im Baum war, aber ich hab auch nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt. Ich fand's so toll. So, Folge 2. Ja. Mit dem Titel The Rogue Prince, auch wieder natürlich passend, wenn man auf die Folge als Ganzes, auf die Region und auch auf den zentralen Konflikt in der Folge schaut. Ja, der Titel macht insofern auch nochmal Sinn, weil der ist, äh, tatsächlich direkt entliehen von einer, äh, von einer Novelle, die man dann später nochmal aus der ganzen Geschichte gemacht hat. Also, das ist, äh, ähnlich wie bei, bei Tolkien hat man dann Martins, äh, ganze, ganzes, äh, äh, Kalendarium oder nicht, nicht Kalendarium, egal. Auf jeden Fall das, das nochmal irgendwie gestückelt und dann nochmal in eigenen Veröffentlichungen gebracht. So wie man zum Beispiel auch bei Tolkien hier die Kinder Hurins hat oder so, obwohl das eigentlich alles im Simmerillion ist. Eine eigene Veröffentlichung hat auch das Intro von House of the Dragon bekommen, quasi, jetzt in Folge 2, im Gegensatz zur letzten Folge, bei der auch in der regulären Ausstrahlung kein Intro zu sehen war, gab es jetzt ein Intro bei Folge 2. Und, ja, ich sag's mal so, das erinnert schon sehr an Game of Thrones. Und nicht nur wegen der Musik, oder Dom? Nee, nicht nur wegen der Musik, aber vor allem wegen, äh, der Musik. Also, wir haben ja Ramin Javadi hier natürlich am Drücker, das ist klar. Aber, äh, ja, sie haben zumindest die Musik einfach übernommen. Also, es ist wirklich das gute alte Game of Thrones, äh, Main Theme, was wir hier zu hören kriegen. Aber, äh, alles andere ist neu. Und fühlt sich auch sehr neu an. Das stimmt. Also, ich weiß nicht, wie du das siehst. Du hast jetzt auch sofort diese Assoziation natürlich zu, zur Hauptserie. Und, also, ich verstehe das Bild, beziehungsweise die Verbindung, die man damit erzeugen möchte. Das ist eben das Lied, das man mit dem Kampf um den Thron verbindet. Und im Grunde geht's ja auch hier genau da drum. Und ich mochte auch den Stil des Intros so von den, also die Blutlinien, die man da so angedeutet hat. Ich verstehe jetzt auch, warum man es in der ersten Folge erstmal noch zurückgehalten hat. Aber so richtig vom Hocker gehauen hat's mich jetzt nicht. Denn, wie auch du, Dom, hatte ich mir schon so ausgemalt, die Klänge ausgemalt, was man denn alles mit zum Beispiel dem Targaryen Theme so anstellen könnte. Und was man damit alles machen könnte, oder? Ja, definitiv. Da hatte ich eigentlich, ich weiß nicht, ob ich's hier in der Sendung auch gesagt hatte, aber ich hatte mir ja für das Intro insgesamt, hatte ich mir sowas vorgestellt, weil wir haben ja schon im ersten, in der ersten Folge haben wir ja schon das Targaryen-Wappen gesehen, auch ein goldenes, also auch in der Farbe von Rhaenyras Drachen Syrax. Und ich hatte mir wirklich vorgestellt, dass das Ganze so ist wie die Eröffnungssequenz von Tim Burtons ersten Batman-Filmen von 89. Da gibt's ja so eine Fahrt, also ganz nah über das Logo drüber weg. Und das hätte man auch wunderbar mit dem Targaryen-Wappen machen können, wie ich finde. Auf der anderen Seite muss ich sagen, das, was sie hier gemacht haben, das setzt insofern auch den Stil von Game of Thrones fort, dass der Vorspann, also der Vorspann von Game of Thrones, klar, der zeigt die Karte, der erzählt aber auch die Vorgeschichte. In Bildern. Und das tut jetzt dieser Vorspann auch. Also man sieht ja da wirklich mit diesen Blutlinien, die gezogen werden, sieht man ganz am Anfang ein Bildnis von Old Valeria, was untergeht, auch wirklich sprichwörtlich untergeht in dieser Blutlache, die dann weiter fließt. Und dann geht es ja wirklich von einer Generation zur nächsten. Und da sind schon tolle Details, also da ist ja wirklich dann ein Wappen, ein Wappen, was sich rausstanzt und wo ist dann wirklich, also wo, wo die Blutlache in, in, oder auf jeden Fall die Spur in neun Richtungen zerspringt. Und da kannst du halt sehen, das ist ein Targaryen-Generation mit sehr, sehr vielen toten Kindern gewesen. Ja, also ich finde auch, also an Detailreichtum ist auch dieses Intro wieder voll. Und ich bin ja jetzt auch doch froh, dass wir tatsächlich so ein Intro bekommen haben. Es hat gefehlt, gib es zu, es hat gefehlt. Ja, also das, mit der Musik, das ist noch so ein Ding, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man der Serie dadurch vielleicht noch etwas von ihrer Eigenständigkeit nimmt. Und ich fand es auch für eine Serie, die den Titel House of the Dragon trägt, erstaunlich wenig Feuer. Stimmt, ja. Aber das nur, das nur ein ganz Persönliches, was mir persönlich aufgefallen ist. Ja, ich werde mal sehen, das wird sich ja jetzt wahrscheinlich auch fortspinnen, wenn wir tatsächlich noch mehr in die Historie eintauchen. Und das wird bestimmt auch noch sich auch verändern, wie das, wie das Theme von Game of Thrones. Das ist gut möglich, ja. Also vielleicht dann noch mehr Fokus auf den, auf den Konflikt, der dann ja im Fokus von House of the Dragon steht. Also ich bin, ich bin gespannt, also den Stil erkennt man, also auch dieses Mechanische, das ist auch zurück, das ist toll. Und wie gesagt, es ist ja im Grunde genommen ein in 3D animierter Stammbaum, aber nicht einfach nur jetzt irgendwie auf einer Wand oder so, sondern ja halt wie durch Gebäude und Schluchten und das untermalt das ja auch nochmal. Also für sich genommen ist es toll, aber ich muss sagen, ich wäre, also angenommen, Ramin Djawadi hätte jetzt wirklich ein neues Thema oder zumindest eine Variation des Tagaro-Themes rausgehauen, da wäre ich wirklich im siebten Himmel gewesen. Ja, ich denke, ach, ich hätte, wie gesagt, also ich hatte schon so Dinge im Kopf oder so ein paar, also hätte man bestimmt auch was zaubern können. Nun gut, damit wir uns jetzt hier nicht an der Stelle schon verquatschen, würde ich sagen, steigen wir lieber direkt jetzt mal wirklich in die Folge ein. Gerne. Ja, wir beginnen mit den Überbleibseln einer Seeschlacht, das ist auch ganz kurz, nur wird dieses Bild eingefangen, wir sehen ein paar, was sind das bei Käfer über den Sand krabbeln, die, zu denen kommen wir ja später noch einmal. Krebse dachte ich. Ach, Krebse, ja, natürlich. Ja, ich hab's jetzt auch grad realisiert. Genau, da schlägt man dann halt jetzt den Bogen zu dem, was Colis Valerian in der ersten Folge schon erzählt hat, halt, also halt über diese Triarchie, ne, unter dem, äh, wie heißt der, Krebfeather, genau, und der ist ja bekannt dafür, äh, förmlich, äh, seine Feinde, den Krebsen zum Fraß vorzuwerfen und das kriegen wir hier auch sehr grafisch illustriert, sagen wir es mal so. Ja, und daraufhin sind wir gleich wieder im kleinen Rat. Und ich sag mal so, am Anfang, also wir hatten auch kleine Ratszenen in Game of Thrones, aber schon, also es ist hier wieder im kleinen Rat und natürlich verstehe ich, weil wir sind halt nur in King's Landing und ja, ja, okay, das meiste passiert, aber ich fand's schon, hm, okay, jetzt kommt der, jetzt geht's halt wieder dort, äh, zur Sache und Colis stürmt auch gleich rein und berichtet eben vom Verlust von Schiffen und der Rat nimmt aber immer noch nicht so richtig ernst. Ja, vor allem, weil die davon ausgehen, dass die aus den freien Städten von Essos kommen und das ist aber nicht unbedingt der Fall und die wollen, die wollen vor allem keinen offenen Krieg riskieren und, äh, in dieser ganzen Szene merkt man auch sehr deutlich, dass, äh, so langsam aber sicher die Anspannung zwischen Otto und, also Otto Hightower und Corlys, äh, spürbar zunimmt. Ne? Ja. Ja. Außerdem ist, äh, Rhaenyra auch wieder dabei. Hier, äh, fand ich interessant. Also, sie ist zwar jetzt Erbin, aber sie darf immer noch den Wein ausschenken und sie ist immer noch diejenige, die da, äh, aber sie ist natürlich, also sie, sie lauscht natürlich mit und ist ja auch dann diejenige, die darauf verweist, dass ja die Targaryens über Drachenreiter verfügen und man ja so mit Stärke demonstrieren könnte. Und irgendwie so, so ein bisschen hat sie mich in dieser Szene, also sie sieht schon auch so ein bisschen aus wie so eine jüngere Daenerys und mit diesen, mit diesen kleinen Sätzen, so hat sie mich dann auch ein bisschen an die Daenerys erinnert, die wir später in Game of Thrones sehen. Ja, sie ist wirklich, was das angeht, so eine, äh, Daenerys 2.0 hier so ein bisschen, äh, so aktiv. Ja, aber ich find sie hier fast noch ein bisschen, also ich find sie noch ein bisschen, ach, keine Ahnung, nachvollziehbar? Ne, keine Ahnung, aber ich, also hier kommt das noch mit einem anderen Vibe rüber, als bei Daenerys, wo ich ja spätestens schon nach so Staffel 5 oder 4 gesagt hab, na, das geht in eine falsche Richtung mit ihr. Ja, dass es mit der in eine falsche Richtung geht, das wollten viele irgendwie nicht wahrhaben damals, sagen wir es mal so, aber da muss ich, das muss ich jetzt nicht weiter ausführen. Äh, die gefällt mir allerdings auch sehr gut, diese Millie Alcock, ja. Was ich hier auch ganz interessant finde, man merkt ja, dass sie offensichtlich versucht, sich Wissen anzueignen und zu gucken, ah, okay, wie wird argumentiert, äh, und auch versucht so ein bisschen, äh, ja, eine Stellung zu bekommen, denn offensichtlich wird sie ja nicht ernst genommen, weder als Erbin, weil sie eine Frau ist, noch generell irgendwie und sie ist auch noch so jung und so weiter, da kommen also mehrere Aspekte hinzu und dann sagt sie ja zu ihrem Vater auch, sie möchte ja lernen, also sie möchte dabei bleiben, weil sie ja auch einmal weggeschickt wird aus einem von diesen Ratssitzungen und dann sagt sie, ich will aber lernen und dann sagt er, du lernst noch früh genug. Und dann denke ich mir noch so, wenn dieser Satz nicht mal ein Vorschattung war, dass er morgen tot ist, aber, äh, aber es, also man merkt, dass sie eben da einen schweren Stand hat und dass diese ganze Erbengeschichte, ja, sich langsam so ein bisschen wie Augenwischerei anfühlt. Ja, sie, äh, sie macht das vor allem mit ihrer Position dort auch nicht dann unbedingt besser, indem sie dann diesen wirklich harschen Vorschlag macht, ach ja, lass uns doch mit den Drachen da hinfliegen und wir regeln das schon, weil, also da ist ja selbst ihr Vater nicht von erbaut, weil er meinte ja, so einfach kann man es sich nicht machen, ne? Dann merkt man, dass Otto, äh, ach, Otto, dass Viserys durchaus ein besonderer Herrscher ist, zumindest für den Targaryen, ne? Andererseits macht sie später ja genau das. Ja, aber gegen den Willen ihres Vaters. Ja, ja, aber aus eigenen... Ja, natürlich, gegen den Willen ihres Vaters und sie zeigt aber, dass, gut, es ist natürlich auch eine andere Situation, weil es ist nicht gegen, äh, die, die freien Städte oder so, sondern es ist eben dann gegen Dämon, aber er zeigt, sie zeigt ja, dass sie damit durchaus, in Anführungszeichen, Erfolg hat. Ähm, aber dazu später mehr. Wir sehen dann eine Szene, wo Rhaenyra verschiedene Ritter vorgestellt werden, da kommt unter anderem der Herr Kraut wieder und da ist mir das auch gefallen, was ihr nämlich gerade gesagt habt, denn immer wenn dieser neue Ritter nach vorne gestellt wurde, dann hat dieser, na diese, äh, wer war es? McTavish, der, der Leibwächter meinst du? Der Leibwächter, genau. Der hat dann immer so Figürchen auf dem, auf dem, auf so einem, so einem Tablett oder so verstellt und auch immer den nach vorne gestellt, der da gerade geredet hat. Ich hab auch den, den Sinn nicht richtig verstanden, warum, ich, äh, weiß ich nicht. Ich glaube, das waren die Symbole der Häuser, oder? Ja, na klar, aber warum, warum, können die, können die sich das nicht so merken oder warum stellt man das, also ich hab diesen Akt da, dieser, und da hab ich mich an das erinnert an, was ihr vorhin gesagt habt mit diesen Bällchen, weil mich das da, so, der hat jetzt den, der hat, der hat, der hat jetzt den Redestein, so, der ist jetzt dran, äh, da muss ich jetzt denken, ja. Ja, es ist wahrscheinlich auch, um das, äh, das irgendwie nach außen zu zeigen. Ja, es ist natürlich auch, um den, um den, um den, wieder den, 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 den Zuschauer und der Zuschauerin zu zeigen, hier, guck mal, die, die Vielfalt der Häuser, wo es hier jetzt bloß um die Taquarians geht, die ist ja auch noch da, ne? Ja, ja. Ist ja nicht so, dass wir nur die Taquarians haben. Vor allem, vor allem lernt hier Rhaenyra, aber, äh, das, das hat mich auch sehr tatsächlich an Game of Thrones erinnert mit Bran, äh, auf Winterfell, wo der halt, wo der auch irgendwie in Abwesenheit seines Bruders halt das Tagesgeschäft übernehmen muss und dann da irgendwie Abertausend Lords vorsprechen und er das einfach nur zum Kotzen langweilig findet. Und das ist hier ja ähnlich und, äh, es, es geht ja darum, also, äh, wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe, es geht ja, glaub ich, darum, die Stellung des, äh, Lord-Kommandanten der Stadtwache neu zu besetzen. Die ja explizit auch für ihren Vater verantwortlich ist, für den Schutz ihres Vaters. Genau, richtig. Ja, so die, die Leibgarde. Also, es ist ja, ist ja die, die, die Stadtwache, ne? Mhm. Und, äh, sie hat sich dann aber relativ schnell diesen, äh, hier, Christon Kraut, also Cole ausgesucht und, äh, da steht dann aber Otto Hightower und weist sie dann darauf hin, ja, ihr müsst aber die Bündnispartner klug auswählen. Na, aber, und da kann man natürlich jetzt fragen, aber hat sie nicht, also sie hat natürlich diplomatisch unklug gewählt, aber inhaltlich finde ich klug, denn sie wählt ihn ja, weil er der einzige von allen Rittern ist, die da stehen, von allen, der Erfahrungen im Krieg gesammelt hat, der also wirklich in den Krieg gezogen ist und gekämpft hat im Krieg. Alle anderen sind, wie wir schon in der ersten Folge diesen Kommentar von der, von der, äh, von der Cousine hatten, von der Königin, die eben nie Königin war, ja, das sind alles Weicheier, keiner von denen war jemals im Krieg und hat irgendwie Ahnung von einem richtigen Kampf oder so und deswegen wählt sie ihn ja, das heißt, strategisch wählt sie eigentlich schon klug, nur, äh, politisch-diplomatisch eben nicht. Und außerdem, glaube ich, will sie auch was von ihm. Richtig, genau, das wird auch so, also hatte ich auch das Gefühl, das ist natürlich auch so aus der ersten Folge fortgesetzt wird, da ist auch schon vielleicht ein kleines anderes Interesse da, aber weil du gerade Rhaenys angesprochen hast, die steht ja da auch die ganze Zeit im, nicht im Hintergrund, aber sie beobachtet das Ganze. Ja, ja, sehr interessant. Das fand ich auch, das fand ich auch sehr interessant. Ich fand, ich fand es noch ein ganz nettes Detail, dass irgendwie hervorgehoben wurde, dass Rhaenyra da erstmal reinwachsen muss, sie brauchte erstmal eine Bank, um überhaupt über diese Brüstung zu gucken. Und hier zu Rhaenys und Kraut nochmal, man darf nicht vergessen, der hat ja zuletzt Demon Targaryen im, im, äh, im Duell besiegt. Ja, richtig. Und Demon Targaryen hat halt den Ruf, einer der größten Krieger der Siebenkönigslande zu sein, ne? Ja. Also der hat ja auch, das haben wir noch gar nicht erwähnt, sein Schwert ist nämlich Dunkle Schwester, das geht ja sogar noch zurück auf die, auf die Eroberung der Siebenkönigslande. Gut, das wird jetzt aber mir als Zuschauer nicht klar, wenn ich da nicht schon Verkenntnisse habe, aber. Ja, ist nur eine Anmerkung. Ja. Wir sehen danach ein Gespräch zwischen Viserys und Alicent, wo Viserys so ein bisschen was über seine Tochter, ähm, erfahren möchte, weil, also, ja, das, das, sie haben lange nicht mehr gesprochen seit dem Tod der Mutter und da wird ja auch schon so ein bisschen das Verhältnis oder die Beziehung, die sie erstmal so Alicent als die Erzählerin oder auch, ja, als so eine, so eine Position, die sie innerhalb dieser Familie hat, obwohl sie eigentlich noch gar nicht in der Familie ist, aber sie ist ja in dem Moment jetzt so wie eine Art Vermittlerin und wird aus, und wird dann später ja noch mehr, also auch sie hat ja einen gewissen Einfluss innerhalb dieser Familie. Ja, sie erbaut sich so nach und nach den Einfluss halt über, über ihre geheimen Treffen eigentlich mit dem König und der spielt ja dann mit seiner Modellstadt von Old Valyria. Das habe ich mir auch gedacht, der König ist unter die Modellbauer gegangen. Ja, das, das hatte so ein bisschen was von, ähm, hier bei, bei Disney's Aladina wird doch auch der Sultan total verspielt und kindlich dargestellt, wenn ich mich jetzt erinnere. Wobei das hier, äh, fand ich, fand ich eigentlich, äh, schön. Also ich fand auch diese Modellstadt ziemlich eindrucksvoll. Aber weißt du, was mir daran am besten gefallen hat? Dass sie ihn ja gelobt hat und er dann gesagt hat, ja, er hat's ja gar nicht gemacht, sondern die ganzen Steinmetze haben das gemacht und er hat nur den Plan dazu gemacht. Und dann dachte ich, wow, da schmückt sich einer so ein bisschen mit fremden Federn. Also auch wieder, auch wieder so dieses, ja, also eigentlich ist es ja gar nicht von mir. Moment, du, äh, nur nochmal, du meinst, da schmückt sich dann einer nicht mit fremden Fehlern? Naja, er sagt das jetzt zwar, aber, äh, es ist trotzdem, also er nimmt da schon Lob für entgegen, finde ich. Ja, natürlich, klar, aber er stellt es, äh, setzt es ja trotzdem in den Kontext. Also klar, nach außen hin wird er das natürlich. Ja, natürlich. Ich sage, das ist natürlich ein Stück weit auch ein kleiner Vertrauensbeweis, ne? Ja, klar. Und Alicent hat ja jetzt nicht nur so eine, ja, freundschaftliche, in Anführungszeichen, Beziehung zu diesem, zu diesem König oder eine, ja, auch vielleicht später eine Zweckbeziehung, egal, sondern vor allen Dingen natürlich zu Rhaenyra, was wir schon in Folge 1 gesagt haben. Und da gibt es jetzt hier eine Szene in der Septe. Und da kommen wir jetzt nämlich zu, äh, nochmal so ein Stück zu der Religion, denn Rhaenyra und Alicent, die knien vor einer, also beziehungsweise die knien in der Mitte, glaube ich, der Septe nieder, da sind auch wieder ganz viele Kerzen. Und sie schauen aber zu einer Statue, die doch aussah wie, also im Glauben der Sieben, die Mutter, oder? Ja, höchstens gar nicht. Und passenderweise sprechen sie ja dann auch ganz, also kurz, äh, redet Alicent über ihre Mutter, äh, dann fällt... Rhaenyra über ihre. Richtig. Und dann fällt ja auch, äh, ich glaube von Alicent ist es der Satz, Fathers don't know oder my father don't know the language of, äh, the girls either. Ja, ja. Und da ist, ja, ja. Das ist auch wieder sowas, was, äh, aufgegriffen wird. Äh, fand ich, äh, eine schöne kleine und auch sehr stimmungsvolle Szene. Oh, stimmungsvoll auf jeden Fall. Also dieses Kerzenmeer und dann noch in Ringformen, vor allem kommt ja hier in der, äh, Szene dann auch zum Tragen, das ist ja wirklich, also wir hatten es ja letztes Mal mit der Zeit, äh, hier ist ein halbes Jahr ungefähr zwischen, ne? Ja, das fand ich auch krass. Zwischen der ersten. Da musste ich auch kurz überlegen, Moment, wie viel Zeit ist da vergangen? Ja. Ja, das, ja, das ist die, die, die Erzähl, äh, halt die, die Erzählweise, die ja manchen schon bei den, in Staffel 7 und Staffel 8 von Game of Thrones so ein bisschen, gut, da war es jetzt nicht so extrem, aber da war die ja auch schon angezogen. Ähm, ja. Und das werden wir in dieser Folge auch nochmal haben. Oh ja. Wird einigen Leuten nicht munden. Und mir ist das ehrlich gesagt egal. Also bei, hier wird auch nicht so ein, so ein klarer Bruch sein wie bei Game of Thrones, weil da hat man sich meines Erachtens erst manchmal doch schon zu viel Zeit für Reisewege genommen. Also ich meine, es gibt ja wirklich Figuren, die sind ja zwei Staffeln lang nur unterwegs und, äh, ja gut, da passiert dann auch was, aber ganz ehrlich, ich muss mir jetzt auch nicht ansehen, wie Arya jetzt irgendwie zwei Monate nach, ach Gott, bin ich jetzt blöde, äh, äh, Bravos fährt. Bravos, ja. Weil da passiert unterwegs nun mal nichts Relevantes und das zu zeigen, muss man bedenken, das kostet auch nochmal Zeit, rein von der, von der Narrative und auch nochmal mehr Geld. Also ich, ich kann schon verstehen, dass das einen lang gestört hat, diese, sag ich jetzt mal, Schnellreisefunktion in der siebten, achten Staffel. Aber, äh, ganz ehrlich, man muss das auch nicht immer sehen. Ja, aber wir kommen mal zu, ich hab's auch wieder so ein bisschen, zumindest für mich, äh, in Sinnesabschnitte geteilt und da kommen wir jetzt auch schon zum nächsten. Das ist nämlich jetzt ein Oberthema, unter dem die nächsten Szenen so stehen, Viserys, dem wird nahegelegt, äh, sich doch jetzt nach dem, oder nach dem Tod seiner Frau sich eben eine neue Frau zu suchen. So, und da gibt's auch wieder was sehr Ikonisches oder was sehr Altbekanntes aus Game of Thrones, nämlich die Spaziergänge im Schlossgarten. Ah, okay. Oh ja. Also die gibt's auch sehr häufig in, und ich hab mich, hab ich mich schon, da gab's auch sehr viele schöne Szenen in Game of Thrones, gerade im Ares. Ja, ich habe, ich habe im Geiste Oma Türell, äh, aka Diana Rick gedacht in dem, in dem Moment. Das stimmt. Rest in Peace. Ja, und wir sehen die erste Szene, die dort stattfindet, zwischen Viserys, äh, Corlys und Rhaenys. Mhm. Äh, genau. Und die wollen ihn auch so ein bisschen motivieren, vielleicht Stärke zu zeigen, aber vor allen Dingen legen sie ihm doch so ein bisschen nahe, dass sie doch ihre Tochter, äh, Lena zur Frau nehmen kann. Genau. Und ich... Die, glaube ich, gerade zwölf ist. Also, ich glaube, da fällt schon das Wort, dass sie jung ist, und man hat sie ja auch schon bei dem Turnier, hat man sie ja auch schon auf der Tribüne gesehen, und ich hatte, ich sag mal so, ich hatte kurz, äh, Gedanken verlegt, wie jung sie ist. Mhm. Naja, es ist ja, ist ja nicht ungewöhnlich für die Familie, und, äh, die, die Ehe wird ja dann auch, ähm, also das, das war ja, glaube ich, bei Viserys und Emma so, dass die Ehe erst vollzogen wird, wenn, äh, ja, die Frau das erste Mal geblutet hat, beziehungsweise dann geschlechtsreif ist. Muss man leider so sagen, aber es ist so, es ist so in dieser Welt, also man denke nur an, äh, Walder Frey, ne? Ja, also ich wollte nämlich gerade sagen, es hat ja schon mittelalterliche Züge, und da war, glaube ich, das, äh, Alter der Zustimmung war, glaube ich, zwölf. Und, ähm, und, äh, hier ist es ja auch so, sie sagt ja dann auch zum König in, in, in diesem Spaziergang eben, ja, wir haben zwei große Häuser, und die sollten miteinander vereint werden, und es wäre doch ideal, wenn wir beide die große Vereinigung, bla, 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 und dann sagt er, das hat dein Vater dir gesagt, und sie hat dann, sie, da sieht man doch, wie sie kurz mit sich kämpft, weil sie doch noch recht jung ist, und dann aber zugibt, ja, und dann hat er gesagt, was hat deine Mutter dir gesagt, und dann guckt sie ihn an, und sagt wirklich ganz gerade heraus, dass ich erst mit dir schlafen muss, wenn ich vor Zinn bin. Und dann, äh, und dann, dann, äh, rollt er im Grunde auch so ein bisschen mit den Augen, weil er halt, also man merkt auch schon, er hat auch keinen Bock, einfach ein zwölfjähriges Mädchen zu heiraten, aber, äh, er sagt selber auch, und da spiegelt sich so ein bisschen auch die Szene mit der Mutter, finde ich, aus der ersten Folge, die ja gesagt hat, äh, Childbirth is our battlefield, und dann, äh, sagt er ja auch später in dem Gespräch mit seiner Tochter König sein, bedeutet eben, Verpflichtungen zu haben, und das bedeutet für mich de facto auch, dass ich dazu, eben, äh, dass ich dafür sorgen muss, dass eben mein Reich und, äh, der Hof und alles, was damit zusammenhängt, eben funktioniert, und dazu gehört, dass ich heiraten muss. Ja. Ja, das wird ihm ja auch von Corlys und auch Reynes, also natürlich nicht völlig uneigennützig, aber die legen ihm das ja nahe, dass er wieder heiraten muss, und, äh, die, weil die Krone gilt eben als verwundbar, er hat eine, zum ersten Mal eine Frau als seine Erbin eingesetzt, also Rhaenyra, und das wird halt, naja, ich meine, äh, die anderen, äh, Lords und Herren von Westeros beobachten sowas natürlich, und es wird da wahrscheinlich auch schon hinter vorgehaltener Hand längst verlacht mit der Königin, und, ja, dadurch ist die Krone eben verwundbar, und man darf nicht vergessen, sie werden ja auch durchaus bedroht vom, äh, von der Triarchie, ne, also man kann da schon verstehen, warum sie, äh, warum sie, äh, also im Hinblick wieder auf Pflicht, ne, weil der König ist ja auch irgendwo der Beschützer des Reiches, das wurde ja am Ende der, der ersten Folge auch gesagt, ne, Protector of the Realm, und insofern kann man die Handlungsweise von Corlys und Reynes hier schon nachvollziehen, aber dass sie eben ihre eigene Tochter dafür ins Spiel bringen, ja, ist natürlich Kalkül, ne? Ja, und, aber, äh, da muss ich auch nochmal ganz kurz, äh, helft mir nochmal, die Verwandtschaftsverhältnisse auseinanderzuklamüsern, was ist denn jetzt die Tochter von den beiden von, von ihm, also verwandtschaftlich? Ja, 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 äh, es geht ja auch darum, ähm, also das führen die ja auch ins Feld, äh, hier die, das Haus Velaryon, das ist ja auch valyrisch, ne? Ja. Also, das, da geht's halt auch wieder, Blut ist dicker als Wasser und sowas, ne? Ja, 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 klar. Und es ist, es ist auch eine Zweckverbindung. Na, absolut, ich meine, die zwei großen letzten harschenden Häuser mit, äh, Blut, das sagt ja auch Corlys, äh, das älter ist und dicker ist und weiter zurückgeht vom Stammbaum her und von der Geschichte als selbst, äh, das Haus de Garryon, äh, ja. Und die zwei zusammen wären unschlagbar, ja. Und wer dann natürlich noch in dieses ganze, äh, Ränkespiel eigentlich reinkommt, ist dann eben, ich glaub, nee, nee, Quatsch, äh, Otto Hightower war es nicht, sondern eigentlich eher der Großmeister, ne? Der dann ja irgendwie Viserys in einer Szene mit so, im Original, ich glaub, Maggots, also da, da, da geht's ja darum, dass der sich immer wieder am Thron verletzt, ne? Und dann diese, diese Viecher, wo er dann seine Hand eintaucht. Einmal kurz die, ja, ich weiß gar nicht, dazu kommen wir, glaub ich, gleich noch. Einmal kurz vielleicht die Ergänzung, also, Viserys genau, Viserys und Reynes, die sind die, die sind Cousinen oder Cousinen und Cousin und dann müsste ja das Kind von Reynes die Großcousine sein? Wahrscheinlich, ja. Ja, genau, eine Generation. Aber es ist ja nicht ungewöhnlich für die. Nee, aber nur mal, also welche, auf welcher Ebene, das war, wett ich mal. Richtig. Also, Viserys hat ja mit Aymar, äh, Arin auch seine eigene, äh, also er war ihr Vetter auch. Ja, genau, aber das sind, das sind, natürlich ist alles relativ eng, aber nicht so eng, wie wenn du deine Schwester heiratest oder so, das meinte ich nur. Also, da hätte mich halt auf der Ebene interessiert. Das gab's auch schon. Ja, aber trotzdem. Gut, bevor wir uns hier drin. Der, der, der Großmeister, äh, ja, der tauchte auf, aber der hat für mich ehrlich gesagt überhaupt keine wichtige Rolle eingenommen. Äh, ich hätte jetzt eher. Äh, doch, insofern, dass er und das, äh, also da, da ist halt auch die Frage, ob der eventuell auch mit, äh, den Valerians so ein bisschen unter einer Decke steckt, weil der schiebt Viserys halt auch so in Richtung, ja, das ist ein starkes Bündnis und die haben eine große Flotte und die sind eine alte Familie und dann mit denen an eurer Seite seid, werdet ihr unschlagbar und so weiter und so fort. Wir müssen ganz kurz mal gucken, dass wir hier den, 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 den Überblick über die Folge nicht verlieren. Wir haben jetzt kurz den Spaziergang zwischen genau Rhaenys und Corlys und dann eben auch zwischen der Tochter und Viserys, Abgabe, der jetzt mal ein bisschen später kommt, aber an sich, äh, kann man die beiden Szenen schon zusammennehmen. Ich meine, dieser Spaziergang wird dann auch noch beobachtet, nämlich von Rhaenyra, aber zuvor gibt's noch eine Szene, nämlich ein Abendessen zwischen, äh, Viserys und Rhaenyra, wo, wie ich finde, nochmal diese Dynamik zwischen den beiden, äh, zum Tragen kommt, zumal sie, zumal es eine der wenigen Momente seit dem Tod der Mutter und des Bruders zu sein scheint, wo sie tatsächlich mal wieder so richtig miteinander reden. Ich meine, sie ist bei den Ratssitzungen dabei, aber so richtig zu Wort kommt sie da ja nicht und ich finde auch hier, da wird sie auch nochmal von ihrem Vater so ein bisschen belehrt, da kommt halt immer noch so durch, wie er sie immer noch bevormundet und, und klein hält. Äh, das sei dann nochmal kurz, äh, dazu erwähnt. Ne, das war, das war eine gute Szene, vor allem, wie die halt auch inszeniert war, wie die an dieser Tafel sitzen und eigentlich nur schweigend essen und dann irgendwie so ein bisschen so Alibi-Gespräche anfangen über irgendwelche Turniere oder Sers und, äh, also hätte noch jemand in der Mitte gesessen, hätte mich das echt so an American Beauty erinnert. Aber ich glaube, war das nicht auch die Szene, äh, wo ich drüber gesprochen hatte, auch, dass sie sagt, sie will lernen und er sagt, du wirst schon noch lernen. Das ist glaube ich auch genau da, also wo man merkt, ja, es ist, ja, also es ist doch nur eine Frau. Genau, äh, danach kommt diese kleine Szene, wo, wie Ceres versucht sich ja wirklich, er holt sich von dem einen und von dem anderen Rat ein, wen er denn, äh, was er denn machen könnte, wen er denn zur Frau nehmen könnte. Das ist einmal noch, ich weiß nicht, da war es wahrscheinlich dann der Mäster? Nee, das ist ja in dieser Szene. Oder war das Otto? Nee, nee, das war, das war ein ganz anderer. Oder war es der, war es der Dritte im kleinen Rat? Ich glaube, war das nicht, war das nicht Lord Strong? Lionel Strong? Keine Ahnung, aber das. Also es war, es war, es war einer, einer vom, also auf jeden Fall einer aus dem Rat, der vom kleinen Ratjagd, genau. Ja, nicht so, nicht so eine große Rolle gespielt hat. Obwohl, Moment, 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 da ist noch, da ist noch was Wichtiges, weil da bringt, äh, nee, stimmt, da steht doch Otto Hightower und der redet dann irgendwie über den Verlust seiner eigenen Frau. Ja. Und versucht dann auch indirekt dadurch eben, wie Ceres dahin zu manipulieren, dass er ja auch eine Tochter hat, ne? Ja. Ja, und ich meine, das stößt ja dann schon das an, was dann zwei Szenen später, äh, auftritt, wo nämlich Miserys dann doch zu Alicent Hightower geht, äh, beziehungsweise, was heißt, doch eben da auch nochmal so ein bisschen nach Rat sucht. Vorher gibt's aber eben das, wie Rhaenyra, äh, ihren Vater beobachtet, wie er mit, äh, Lena in diesem Schlossgarten da spazieren geht und sie dann nochmal wirklich auf Rhaenys trifft. Und ich finde auch, Rhaenys hat so, hat auch so eine ganz besondere, so eine ganz besondere Ausstrahlung. Irgendwie mag ich also die Gespräche so mit ihr, so auch mit dem ganzen Hintergrundwissen, auch das, was, äh, Britt-Marie schon gesagt hat, dieses, Britt-Marie würde es schon hier stehen, wenn sie die ganze Zeit immer wieder da dran erinnert werden oder die ganze Zeit eben wie so eine Brandmarkung, das ja auch in ihrem Namen tragen würde. Aber wie sie dann trotzdem da agiert, das hat für mich irgendwas, was sehr Packendes. Ich fand diese Szene tatsächlich zwischen den beiden eine der starksten Szenen in dieser ganzen Folge. Die waren einfach, es war einfach richtig großartig und das ist so ein bisschen das, wo ich sag, du kriegst hier eben zwei Frauenbilder präsentiert, aber trotzdem auch zwei Schicksale, die sich mehr oder minder spiegeln. Du hast den übergangenen Erben und du hast den aktuellen Erben und du hast eine desillusionierte, bereits erfahrene Prinzessin, äh, die eben ganz genau weiß, Rhaenys Rhaelarion, die eben ganz genau weiß, egal, was du jetzt denkst, meinst und tust, du wirst nie an die Macht kommen, du wirst keine Chance haben, du wirst klein gehalten und dein Vater wird wieder heiraten und wird wieder Erben zeugen und dann wird auch ein Junge kommen und dann wirst du ganz schnell auch wieder verschwunden sein, äh, als, als Erbin. Das kannst du dir stecken. Während eben, äh, ähm, Rhaenys ja, äh, Rhaenys ja, äh, Rhaenys ja doch immer noch sehr blauäugig, finde ich, ist. So nach dem Motto, ich bin die Erbin und ich werde und überhaupt und sowieso und, äh, dann sagt nämlich, äh, Rhaenys noch was ganz, ganz, äh, ja, Aussagekräftiges, Wichtiges, die sagt, Männer sind an der Macht und Männer würden eher den Thron anstecken und alles in Flammen aufgehen lassen, als dass sie auch nur ein, damit zusehen würden, dass eine Frau diesen Thron besteigt. Mhm. Ja, das ist prominent gewesen, auch in der Trailer-Kampagne. Ja, richtig, genau, ja, dieses Zitat. Und Rhaenys mit, mit ihrem Spruch, äh, das war, glaube ich, auch in den Trailern zu hören, im letzten zumindest, Rhaenys, äh, also, Rhaenys erklärt ihr diese Ordnung, die sie versteht, aber Rhaenys nicht und Rhaenys antwortet darauf, ja, wenn ich Königin bin, dann will ich eine neue Ordnung errichten und das ist wirklich so, ja. Aber du weißt ja, was das bedeutet. I don't wanna stop the wheel, I wanna break the wheel, hat mich. Genau, genau. Sie kann aber im Grunde ja eigentlich, wenn wir das jetzt hier angucken, nur Königin werden, wenn sie, wenn ihr Vater stirbt, während sie noch, ähm, erbberechtig ist und das bedeutet, es muss sein, bevor er einen männlichen Erben bekommt und das hieße eigentlich, dass sie ihn umbringen muss. Dass sie den Zeitpunkt wählen muss, an dem er stirbt. Ja. Ja. Durchaus, ja. Also, das wäre jetzt meine Spekulation, aber ich hab ja, wie gesagt, nicht gesehen, wie es dann in Game of Thrones weiterging. Man, man darf ja nicht vergessen, dass, äh, also, Rhaenys, also, du hast ja schon richtig gesagt, die sieht ja auch so ein bisschen der eigene Schicksal in der Gespiegel. Ja. Also, die Rhaenys kommt mir auch tatsächlich wie ne, äh, ja, irgendwie hat sie auch so einen leichten Cersei-Vibe, ne? Oh. Also, für mich zumindest. Oder so, so, so ein bisschen, so eine Mischung aus Cersei und, und, äh, der Dornenkönigin. Ja, ich mein, die, 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 die weiß halt eben, wie es läuft. Ja, genau. Die spielt ihre Roller auch nicht mehr weit. Sie hat gelernt, wie man das manipuliert, genau, ja. Genau. Ja, ja. Ja, ja. Wie spielt das Spiel, ne? Ja. Ja. Okay. Ja, dann gibt's noch eine Szene in diesem, in meinem Gedankenabschnitt. Das ist nämlich dann, wie Viserys eben nochmal bei Alicent Hightower vorbei schaut. Und da war jetzt das, was ja in Folge 1 schon da, wo, äh, Otto ja noch meinte, hier zieh doch das hübsche Kleid von deiner Mutter an. Jetzt bringt sie eben auch noch jetzt, ach ja, richtig, sie bringt ihm ja jetzt dieses kleine Geschenk, diesen kleinen Drachen da, der ihm ja runtergefallen ist oder den sie da wieder gebaut hat. Und der Ark war natürlich auch so übersymbolisch, so wie, so sie halt, sie ist in der Lage, die Wunden zu heilen. Genau. Genau, richtig. Und also, also spätestens da hab ich gedacht, ja, okay, also ich, ich weiß jetzt, wohin die Reise geht, ja. Wie sie sich an den ranwirft, man darf natürlich auch nicht vergessen, dass, äh, das war ja auch schon bei dessen Vorgänger so, ne? Also, J. Harris hatte ja auch schon irgendwelche Gute-Nacht-Geschichten vorgelesen, wo er bei ja dann irgendwann den Löffel abgegeben hat einfach. Und, äh, der wurde ja auch im Verhältnis mit dem nachgesagt, mit dem König, ne? Was mich ein bisschen wundert ist, ähm, Rhaenys hat es ja auch, sie sagt ja, äh, zu Rhaenyra, dein Vater ist nicht dumm. Der weiß, wie das Spiel gespielt wird, der weiß, was er machen muss, was er schuldig ist. Und dass er dann auf, ähm, Alison reinfällt, in Anführungszeichen, das wundert mich sehr. Die Frage ist, wie viel davon, von dieser Entscheidung am Ende ist dann, äh, politisch motiviert und wie viel davon ist wirklich eine dumme Verliebtheit. Ich kann das noch nicht richtig einschätzen. Es ist, glaub ich, so ein bisschen beides, äh, aber hinter beidem steckt letzten Endes Otto Hightower. Das darf man nicht vergessen. Okay. Der, der zieht ja eigentlich die Fäden. Also, da gibt's ja auch die Szene, wo man, äh, sieht, also, dann später eigentlich dann, also, kurze Szene zwischen Otto und seiner Tochter Alison und wo er dann sagt, oh ja, also, du wirst, du wirst aber heute wieder den König besuchen, ne? Und dann merkt man richtig, der, die steht unter seinem Einfluss, hat aber trotzdem wahrscheinlich ihren eigenen Kopf. Und das ist eine interessante Dynamik. Also, ich bin sehr gespannt, was da noch kommen wird. Ich find's auch so spannend, weil sie wirkt ja enorm unschuldig und man denkt, oh Gott, das arme Mädchen, das geht da zugrunde am Hof von Politik und Renkenschmiede. Und dann plötzlich stellt sich heraus, nee, sie ist die Tochter ihres Vaters. Die weiß ganz genau, was sie macht und wie sie manipulieren muss. Ja. 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 Wisst ihr, was jetzt kommt? Hm? In einem kleinen Rat. Eine Sondersitzung. Wieder eine Sondersitzung. Genau, aber, ja. Dämon hat ein Ei gestohlen. Und hat sich auch von dann gemacht. Richtig, und hat sich wieder, genau, abgesetzt, hat sich auch nochmal als rechtmäßigen Erben des Thrones natürlich nochmal benannt und dass er bald heiraten wird. Das hat er also eine kleine, also, dass er nochmal heiraten wird. Das hat er alles in einer kleinen... Ja, die Dings, die, die, ähm, die konspirierte Musaria, ne? Genau. Lady Musaria von Drachenstein, wie er es hier nennt. Ja, genau. Was, was eine Provokation. Und die Krönung ist dieses Drachenei ist ja nicht irgendeins, sondern das ist das, was Rhaenyra ausgesucht hatte. Bei den Targaryen ist es nämlich tatsächlich wohl Brauch. Also, das hatte ich auch nicht mehr so im Hinterkopf, aber bei denen ist es wohl Brauch, dass ein Kind in der Wiege liegt neben einem Drachenei. Wahrscheinlich wird es dann auch irgendwie davon gewärmt. Und Dämon hat halt als absoluten Affront gegen die Familie genau das Drachenei mitgenommen, was Rhaenyra ausgesucht hatte für ihren, ja, sehr kurzlebigen Bruder. Und obendrein lädt der Viserys auch noch zur Hochzeit ein. Ich hatte übrigens gedacht, dass das Drachenei, das mit in die Wiege gelegt wird, am Ende auch der Drachen ist, den sie dann reiten. Nein? Ja, vielleicht? Nein. Nein, 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 nein. Das ist zu wenig Zeit zwischen. Okay. Und die werden nicht so schnell, so schnell werden die auch nicht groß. Okay. Daenerys hat ja sehr, sehr Kleider am Anfang. Ja. Die sind groß wie Katzen. Ja, gut, aber die, die, die wächst ja auch noch. Das weiß ich, da bin ich mir gar nicht mehr so sehr. Ja, 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 ja. Ähm, genau, Dreamfire hieß es, glaube ich, ne? Der, der Drache, Dreamfire. Genau, dann müsste ich jetzt allerdings nachgucken, wem der gehört. Ja. Moment. Ja. In dem Zusammenhang möchte doch, äh, dann, hab ich mir jetzt gesagt, Viserys möchte sofort aufbrechen. Ja, ähm, es, es geht ja darum, dass sich Demen, also der ist ja nicht nur abgehauen und hat das Drachenei mitgenommen und Mysaria, sondern der hat sich auf Drachenstein, beziehungsweise Dragonstone, hat er sich verschanzt mit einer ansehnlichen Schar seiner Goldröcke, die ihm auch wahrscheinlich treu ergeben sein wird. Also im Grunde die perfekte Ausgangslage, um eigentlich wirklich den König zu verraten und sich selber als, äh, Herrscher zu etablieren. Und ich finde, also spätestens, wir haben jetzt anderthalb Folge hinter uns, ich finde, das geht schon alles ziemlich fix. Also bei Game of Thrones hätte man das bestimmt auf fünf Folgen oder so, oder zumindest in der ersten Staffel so auf fünf Folgen verteilt und hätte vielleicht zwischendrin, ähm, ich weiß nicht, noch mehr Platz für so, für, für andere, für Charakterarbeit oder noch für sowas gehabt. Also es ging schon ziemlich schnell und es geht auch Schlag auf Schlag weiter. Ich weiß nicht, wie, wie jedes bisher. Britmarie, du hast ja, äh. Ja, das würde mich interessieren. Am Ende, am Ende der letzten Folge schon an, oder war es im Vorgespräch, egal, angedeutet, bei der Episode zwei ist das so ein bisschen wieder abgeflacht. War es an der Stelle oder wann? Ich fand die ganze Episode zwei tendenziell ein bisschen langatmig. Ähm, ich finde das so lustig, jetzt verstehe ich auch, warum ich wahrscheinlich Game of Thrones von Folge eins schon so gelangweilt war zwischendrin, ne? Weil wenn die noch ein langsameres Pacing haben, dann ist ja ganz aus. Ich finde es ja hier schon... Genau, weil ja noch, weil ja noch, noch ungefähr dreifach so viele Figuren eingeführt werden mussten. Okay. Deswegen... Ich fand Folge zwei okay, also um da jetzt mal kurz vorauszunehmen, schon mal vorauszunehmen, okay, ähm, es hätte mir, es hätte mir, es passiert viel, du hast recht. Eben, das ist das Ding. Genau, es passiert viel, aber und da kann ich dich dann auch ein Stück weit äh, nachvollziehen, aber... Ah... Aber ich fand trotzdem zwischendrin ein bisschen langatmig irgendwie. Es war so, vielleicht auch, weil du, ich weiß auch gar nicht, woran das liegt, vielleicht durch die Ratssitzungen oder keine Ahnung. Also es war so ein bisschen so, oh, kommt doch jetzt bitte mal zu Potte. Ja, so. Wobei ich sagen muss, dass sie dann ziemlich schnell die Entscheidung treffen, dass Otto Hightower dann ja gut. Dorthin geht und die dann auch ziemlich schnell da sind. Und das ist nämlich die Reise von Königsmund nach Drachenstein. Wird ja auch einmal komplett geskippt natürlich und mir ist, mir sind auch tatsächlich so kleinere Länge aufgefallen, aber spätestens dann, wo ich Drachenstein wieder gesehen habe und... Oh, ja. Im Nebel, großartig. Also da hast du auch so viele, also ich meine, sie stehen dann ja wirklich auch an Stellen, die man wirklich ganz genau aus der Serie kennt. Also sie sind dann da irgendwie einmal an so einer Brüstung, da ist ja, also um zu der Festung zu kommen, muss man ja so eine L-Lange... Eine Brücke, so eine Steinbrücke. Genau, so einen Steinaufgang und da habe ich mir wirklich gedacht, oh ja, an der Stelle standen dann Daenerys und schon. Ja. Später. Ne, das war großartig. Vor allem sieht man ja auch mal Drachenstein irgendwie... Ich weiß gar nicht, dieses Tor hat man gesehen, oder? Die Kamera fährt ja erst über dieses Tor und dann... Genau, weil das ist ja das Tor, durch das Daenerys da eintritt am Anfang der siebten Staffel, ne? Ja. Also es war auch wunderbar, dieser ganze... Also aus der siebten Staffel oder auch hatte das ja immer so einen Hellen und man hat alles gesehen, aber mit diesem Nübel, mit diesem Nebel, mit diesem düsteren Touch, ich fand das da auch wirklich schön und also die Bilder, die dann dort aufgemacht haben, ich fand's ganz, ganz toll. Das Licht, diese totalen dann von dieser vernebelten Brücke, klasse. Wirklich, ganz, ganz große Klasse. Ja. Es kommt ziemlich schnell auch da zum Aufeinandertreffen zwischen Otto Hightower und Daemon, die sich da auch so quasi so ein bisschen in der Mitte treffen und Otto macht da auch gar keinen, spielt da gar nicht lange rum und stellt gleich die Forderung, unter anderem Drachenstein zu räumen, das Ei herzugeben und so weiter und so weiter. Und dann gibt's kurz Konfrontationspotenzial, beziehungsweise ich glaub, Daemons Drache baut sich auch im Hintergrund schon so auf. Also da stehen ja, er steht dann da auf der Brücke, neben sich dann auch diese Prostituierte, die er dann für seine Frau ernannt hat, ne? Also er will ja nach guter, alter, valyrischer Art, will er ja eine zweite Ehefrau nehmen und die andere, die ja irgendwo im grünen Tal ist, die bedeutet ihm ja eh nichts. Ja, politische Heirat, genau. Genau, aber da, es kommt zu keiner Auseinandersetzung auf der Brücke, denn man hört schon wieder einen Drachen kreischen im. Also in dem Moment, in dem eigentlich das Ganze zu kippen droht, wo man, Entschuldigung, wo man denkt, dass Hightower jetzt hier die Klingen zieht und die beiden wirklich kurz davor sind, sich an die Gurgel zu springen. Da taucht dann plötzlich Daemons Drache auf und alle so, ups, vielleicht steckt mir die Schwester doch wieder zurück. So. Wenn da jetzt Gewalt ausbricht, dann löst das mehr oder weniger einen offenen Krieg aus. Genau, ja. Ja. Na? Und zu dieser, ja, sehr angespannten Gesellschaft, da gesellt sich dann aus einer Nebel, äh, aus einer Wolkendecke heraus dann plötzlich Rhaenyra auf einem ihrer Drachen. Also auf ihrem Drachen. Genau, die kommt dann da angeflogen plötzlich. Und dieses Bild, also was dann von dieser Landbrücke mit den zwei Gruppen und die beiden Drachen, die sich gegenüberstehen. Also, schick. Rhaenyra kommt da auf einmal, also die kommt da ganz taff rausmarschiert, die schiebt die Wachen von, oder die Begleitung von Otto ja fast schon so zur Seite und übernimmt da das Zepter in die Hand und redet dann. Stellt sich ihrem Onkel entgegen. Ja, genau. Und das ist ja, äh, die Drache heißt übrigens Syrax. Syrax. Stimmt, die Drachen sind doch meist mit X oder N. Also der von, der von Demen heißt, äh, Caraxes und, äh, ihr heißt Syrax. Naja, sie kann ihrem Onkel ja anders begegnen als, äh, Hightower. Vor allem kann sie ja, äh, sie sagt ja dann, äh, äh, dass, äh, also sie erhebt ja eigentlich sogar den Anspruch auf Dragonstone, ne? Ja, ja, die macht den. Genau, die sitzt in meinem Schloss oder in meiner Burg. Genau, richtig. Raus hier. Ja. Und er hat ja auch schon eine Frau und, äh, das Interessante ist, dass, äh, das war auch sehr schön, da geht ja diese Mysaria dann auch weg. Ja, die wusste nämlich anscheinend nicht, dass sie ihn heiraten soll. Ja, und die wusste vor allen Dingen auch nicht, dass er schwanger ist. Genau. Genau. Ja. Also was er als behauptet hat. Genau. Und, und, äh, darin zeigt sich ja Dämon dann auch, äh, beeindruckt, sag ich mal, und wirft ihr dann wirklich das Ei so zurück. Ja. Na, nachdem er sie aufgefordert, äh, sie ihn aufgefordert hat, er muss sie schon töten. Genau, das wollte ich nämlich sagen. Renera lässt es nämlich darauf ankommen. Sie sagt nämlich ganz explizit, ja, dann bring mich doch um. Das ist die einzige Alternative, bring mich um. Ja. Und das will er nicht. Also da ist ihm auch klar, wenn er das jetzt macht, dann eskaliert es komplett. Ja. Genau. Und deshalb zieht er dann, ja, den Drachenschwanz ein. Ja. Und, äh, und wirft ihr das Ei zu und das Ei wird dann auch direkt in so ein tragbares Gefäß gesteckt, wo es dann irgendwie heiß gehalten wird. Ja, und ich dachte dann aber auch noch, stell dir vor, sie lässt das Ei jetzt fallen. Aber das war so, schmeiß mal zu, kein Ding. Ja, wahrscheinlich sind die so stabil, oder? Ne, das ist, also, ich weiß nicht, in der, in der, ähm, Hauptserie ist es ja so, bei Daenerys, also die, der, ich nehme an, sie werden es dann hier auch machen, den Targaryen kann Feuer nichts anhaben. Also die kann ein glühend heißes Ei anfassen und es passiert nichts. Mhm. Ja. Aber das ist auch nur in der Serie ja eigentlich gewesen, in den Büchern. In der Serie haben sie es auch echt inflationär weit getroffen. Na, aber die Deeskalation hat also funktioniert. Sie haben das Ei wieder zurück. Ihr Cousin oder ihr Onkel zieht sich zurück, wenn er auch nicht verschwindet, aber er provoziert eben keinen Streit und sie kehrt wieder zurück zu ihrem Vater und alles ist provisorisch erst mal gelöst. Dann schließt da noch eine Szene an, eine kurze auf Dragonstone. Genau, die ich auch sehr toll fand und die für mich auch richtige, ah, das hatte richtige, harte Stannis-Barateon-Vibes. Nicht nur wegen der Umgebung. Ja. Aber so wie ihr Charakter aufgebaut hat, habe ich das Gefühl, also bei ihr steht sicherlich noch was an mit ihrem Charakter. Ja, das wurde auch schon öfters angedeutet. Also ich glaube, Sonoya Misuno hat die Figur auch, glaube ich, verglichen mit Carys van Houten in der Hauptserie, also mit der Roten Priesterin, wo wir dann wieder eine Parallele zu Stannis hätten. Und sie erinnert nicht zuletzt natürlich auch, weil sie eine Prostituierte ist und generell so einfach ihre Art und Weise. Es erinnert auch sehr an Shay, an Sebek Kili in Game of Thrones. Fand ich, fand ich eine tolle Szene, vor allem wo, wo sie dann sagt zu ihm, ja, ich hatte die Hoffnung, dass du mich befreist. Und er sagt ja, wovon denn? Ja, von meiner Furcht. Fand ich, fand ich auch eine, fand ich eine richtig, richtig tolle Szene. Ich war übrigens ein bisschen, also was mich ein bisschen gestört hat oder was mir tatsächlich aufgefallen ist, sie hat ja diesen krassen Akzent und offensichtlich, der ist ja offensichtlich da, um klarzumachen, dass sie nicht aus Westeros oder zumindest aus diesem Teil stammt. Nee, nee, sie stammt nicht aus Westeros. Ja, also sie ist ja versklavt worden wohl und dann eben in die Prostitution verkauft mehrfach etc. etc. Ich fand aber diesen extremen Akzent hier irgendwie fast schon störend, was aber damit zusammenhängt, dass ich fand, es klang ein bisschen französisch. Und das war irgendwie, also es hatte dann so eine leicht komische Note für mich. Das war, glaube ich, gar nicht so beabsichtigt, aber es war so, okay, Leute, warum? Ja, und das ist vor allem dann auch noch wiederum eine Asiatin, ne? Ja. Das klang schon ein bisschen, ja, das klang schon ein bisschen holprig, dass ich, da hatte ich auch das Gefühl, dass sie, dass sie, weil man muss dazu wissen, dass sie Becky Killy hat auch einen sehr exotischen Akzent in Game of Thrones drauf gehabt. Ja. Und da hatte ich den Eindruck, dass sie sich daran vielleicht ein bisschen orientiert haben, aber ja, so Noya Misuno kriegt es noch nicht ganz rübergebracht. Also es ist eine Fantasy-Welt mit Fantasy-Sprachen. Ich denke, der Akzent sollte hier eigentlich nur ausdrücken, dass sie einfach nicht aus diesem Landesteil stammt. Ja. Aber es war trotzdem ein bisschen seltsam für mich als Zuschauer. Ja, gewöhnungsbedürftig. Ja, ja. Nee, da bin ich bei dir. Ja, es kommt eine Sitzung im kleinen Rad. Vielleicht sollten wir jedes Mal, wenn du sagst, es kommt eine Sitzung im kleinen Rad trinken. Dann mal gucken, wie lang es dauert. Ich glaube, das ist noch nicht die letzte Sitzung, die wir in dieser Folge sehen. Wir sehen mal wieder Viserys und ihm wird in der kleinen Ratssitzung nochmal nahegelegt, dass er sich doch auch Corlys, so ein bisschen Lord Corlys an seiner Seite sichern soll. Aber die Sitzung, also die Sitzung wäre noch recht häufig unterbrochen. In dem Falle wieder, weil Rhaenyra von Drachenstein zurück ist und wie Serys da erst mal ja ganz schön überrascht ist und sofort eine Unterredung einfordert oder ja, also er, ich sag mal so, er ist nicht begeistert mit dem Alleingang seiner Tochter. Überhaupt nicht. Das hatte so ein bisschen was von, äh, ihr König der Löwen, du bist auf den Elefantenfriedhof gegangen. Zuerst weiß man gar nicht, ob er sauer ist, weil sie über ihn hinweg sich gesetzt hat, einfach ohne ihn zu informieren. Oder weil er besorgt ist, dass er hätte was passieren können. Irgendwie so beides. Genau. Beides. Beides. Ja, also er sagt ja auch dann, glaube ich, er möchte irgendwie so, ich hab mir das jetzt hier nur, ich kenn den genauen Wortlaut nicht mehr, aber er möchte nicht so, dass sie sich voneinander entfremden. Und das wiederum hab ich ihn dann nicht so richtig abgekauft. Also das war irgendwie, weiß ich nicht. Was ich ihm auf jeden Fall abgekauft habe und das kommt, also in der ganzen Folge ist das eigentlich, und hier kommt's besonders zum Tragen, der ist noch wirklich sehr gezeichnet vom Verlust seiner Frau. Und das ist ja immerhin jetzt auch schon wieder ein halbes Jahr her, aber deshalb kann der, also er sagt ja dann auch, er kann und will seine Frau nicht einfach ersetzen und schon gar nicht durch irgendein Kind, aber andererseits, äh, ja, fühlt er sich seinen, seine Aufgaben verpflichtet. Er muss seine Pflicht erfüllen, hatten wir ja vorhin schon, ne? Das bringt ja dann Rhaenyra vielleicht in dem Moment auch ein bisschen bei. Okay. Ja. Dass man auch zum Wohle des Reiches handeln muss. Das Problem ist, sie sagt ja dann, ja, das mag ja sein, aber das Resultat war ja positiv. Das heißt, eigentlich hab ich richtig gehandelt. Sie sieht es auch gar nicht ein, dass sie irgendwie falsch gehandelt haben könnte. Nein, gar nicht. Nee, ich glaub, sie sieht sich eher darin bestätigt, das hatten wir ja Anfang der Folge, als sie vorschlägt, nee, oder was? Drachen. Irgendwann, genau, dass sie, ich weiß nicht, ob es diese Folge oder letzte Folge war, wo sie, genau, wo sie vorschlägt, die Stärke durch die Drachen, äh, zu demonstrieren. Ich glaub, sie fühlt sich da auch so ein bisschen bestätigt, so nachdem, ja, hat doch geklappt. Also, warum, warum soll's nicht ein zweites Mal oder in Zukunft funktionieren? Da merkt man vielleicht auch, ja, richtig blauöckig können, glaub ich, äh, Leute in dieser Position nicht sein, aber man merkt schon, dass sie dieses, dieses Ränkeschmieden noch nicht so hundertprozentig drauf hat. Da fehlt einfach noch die Erfahrung. Ja. Ja, sie kann auch ordentlich von ihrer besten Freundin lernen, ne? Ja. Ja. Wie sehen wir in der nächsten, nee, sehen wir sie da? Ja, doch, sie sitzt mit da. Ja, ja, sie sitzt da. In der nächsten Szene sehen wir eine kleine Ratssitzung. Prost! Genau. Schwein aus dem Arbo. Aber es ist die letzte für diese Folge. I drink and I know things. Und eigentlich nur dazu da, damit Viserys seine Entscheidung, äh, verkünden kann, die eigentlich die ganze Zeit, die ganze Folge über, äh, mit sich rumschleppt. Richtig, worauf ihn die ganze Zeit hingearbeitet wird, denn wer, wen er denn jetzt zur Frau nehmen wird. Und die Wahl fällt auf, Alison Taitauer. Ja, plötzlich völlig aus dem Off kommt, zumindest für die Leute vom Rat, weil die alle denken, er sagt jetzt, er sagt jetzt eben, äh, Lena. Lena. Und dann ist es aber doch plötzlich jemand ganz anders und nicht so, äh, ups. Ja. Ja, und er will vor allem eine Hochzeit noch vor Ende des Frühlings. Also das hat er ja schon alles für sich ausbaldowert und die sind alle, also entweder sind sie vor dem Kopf gestoßen, okay, das sind sie alle, aber Corlys ist ja wirklich erzürnt und nennt das Ganze eine völlige Absurdität und verzieht sich. Also der ist richtiggehend beleidigt schon. Ja, und natürlich ist dann auch, ähm, äh, Rhaenyra, äh, äh, ja, enttäuscht ohne Ende. Also, äh, völlig, sie fühlt sich komplett hintergangen und betrogen und das zu Recht. Und das auch noch mit ihrer besten Freundin. Eben, genau deswegen, ja. Ja. Und trotzdem hatte ich, also es gab ja auch so den kurzen Umschnitt, da haben wir wieder das von Alison Taitauer, die das, das Spiel, wenn man es so mag, schon, ja, ein bisschen besser spielt als Rhaenyra. Ja, das meine ich mit, sie ist die Tochter ihres Vaters. Ja, genau. Die zeigt auch keine großartige Reaktion in der Szene, ne? Richtig, genau. Also, sie, sie hält sich sehr gefasst, aber ich hat schon, also ich meine aus ihrem Gesichtsausdruck, äh, Ausdruck eben das ablesen zu können, dass schon, also sie weiß schon, was das abgeht. Ja. Vielleicht ist sie auch die Einzige gewesen, die vorher Bescheid wusste, was er verkündet. Ja, das kann ja sein, wir enden ja, also die letzte Szene, die wir ja zuvor gesehen haben, wo er in seiner Entscheidungsfindung ist, die war ja mit ihr zusammen. Ja. Ja, so kann das gut sein, ja. Ja, sie hat ihm ja auch nochmal so ein bisschen den Stein des Anstoßes gegeben mit diesem, diesem schönen kleinen Modelldrachen, den sie ihm geschenkt hat. Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Da war er auch ganz stolz drauf. Ja. Es kommt noch eine Szene und es war ja auch, also vorauszusehen, weil sie ja schon die ganze Zeit, äh, Corlys hat ihn auch schon die ganze Zeit ja oder zweimal in den Folgen in Schutz oder beziehungsweise seine Meinung immer untermauert und warum nicht Dämon und so weiter. Und ja, in der nächsten Folge nach sieht man erst, es wird im Dunkeln gelassen, erst redet oder beziehungsweise reflektiert Corlys die Bedeutung nochmal seines Hauses und dann sieht man aber, dass er eine Allianz mit Dämon eben schmiedet und der ja, also Dämon sucht ja immer noch eine Unterstützung gegen den Grabfeeder. Und damit würde ich sagen, sind wir jetzt erstmal so da die Fronten gesetzt. Genau. Und er sagt ja eben auch, er versucht ja auch die Parallelen so ein bisschen rauszuarbeiten und sagt, ja wir sind gleich, worauf Damien auch sagt, wir sind alles andere als gleich. Aber da fällt ein Citat, das ich sehr schön fand. Er sagt nämlich, also Corlys sagt, our worth is not given, it must be made. Also unser Wert ist eben nicht gegeben, angeboren, wie auch immer, es ist nicht die Stellung, sondern wir, also wir sind nicht in die Stellung reingeboren, wir haben unsere Stellung gemacht. Wir haben dafür gearbeitet. Ja, er sagt das, er hat sein Haus aus eigener Kraft aufgebaut. Genau. Ja. Und er stellt vor allem auch nochmal, und damit packt er halt Dämon dann halt wirklich da bei den Eiern eigentlich so gesehen, er führt ihm nochmal vor Augen, er ist ein Second Son. Richtig. Er ist ein Zweitgeborener und wird im Grunde genommen nie wirklich die Möglichkeit haben, den Thron zu besteigen. Und so macht er sich den ein Stück weit dann auch irgendwo dienstbar, ne? Weil er kennt halt dessen Achillesferse, er kennt dessen verletzten Stolz. Und er will ja vor allem diesen Crapfeeder, ich glaub, die wird öfters genannt, die Inselgruppe Stepstones. Ihr konntet euch da wahrscheinlich nicht so ein Reim drauf machen, das ist eine Inselgruppe vor Drachenstein, glaub ich, ich weiß es nicht. Die haben die auf jeden Fall besetzt und am Ende wird dann ja nochmal gezeigt, was die da veranstalten. Also ich bin auch gespannt, ob wir den Crapfeeder noch zu sehen bekommen werden. Ach, ich dachte, der kann jeder. Bekommen wir doch. Ich wollte gerade sagen, war das nicht die Figur, die wir da am Ende gesehen haben? Ach so, okay. Mit dieser schwarzen, was auch immer, im Gesicht und ja. Ja, der sah jetzt aus wie wirklich so ein Standard-Bösericht-Charakter, ja? Also mit der Maske und so. Und da schließt sich auch hier in der Folge wieder der Bogen, denn wir enden bei dem Bild quasi, was man schon am Anfang mal gesehen hat. Und dann sieht man hier auch schon diese Bedrohung eben erstmals personifiziert wirklich. In tollen Aufnahmen wirklich auch. Ja, das sowieso. Gegen Licht und auch wieder im Nebel. Also gerade in Totalen ist das wirklich, das ist kinoreif in meinen Augen. Aber auch wieder natürlich alles sehr explizit mit den halbtoten Leichen, die da entweder aufgefressen werden von den Krebsen oder aber ans Kreuz geschlagen, um dann eben von den Krebsen gefressen zu werden und so. Es ist wieder, naja, naja, ehrlich, aber explizit ist ja nichts Ungewöhnliches in dieser Welt. Das gehört dazu. Also da kann man zumindest dann auch schon mal, weil es hatten ja dann, hatte ich ja glaube ich auch schon im ersten Eindruck gesagt, Paul, dass die Serie, also was diese Trademarks angeht, macht die keine Gefangenen und ist alles andere als weichgespült, würde ich meinen. Ja. Gut. Aha, ich bin, also mit dem Blick auf die Uhr bin ich diesmal zufrieden, ne? Ach was. Ja gut, die Folge war ja auch kürzer. Das stimmt. Die davor, die hatte ja fast 70 Minuten. Und wir haben da jetzt die Welt schon etabliert. Das musste, diese ganze Geschichte musste ja ja nicht mehr erzählt werden. Genau. Wir können trotzdem natürlich noch ein Fazit für unsere, also ja, unser Fazit für diese Folge anschließen. Britt-Marie, fang doch gerne an. Pacing hätte für mich durchaus an der einen oder anderen Stelle ein bisschen stringenter sein können, aber ich war zumindest halbwegs unterhalten. Es war sehr viel Ränkeschmiede, sehr viel Manipulation. Wenn die Serie so weit geht, ohne ein bisschen Action mehr noch, dann weiß ich nicht, ob ich dranbleibe. Aber grundsätzlich war ich gut unterhalten. Und, ich kann mich nur wiederholen, Produktionsniveau hoch, höher, am höchsten. Kann es sich nicht beschweren. Ja. Ich fand Folge 2 in Ordnung. Ich finde halt, dass auch hier wieder viel passiert. Aber mir passiert es teilweise ein bisschen zu schnell. Also es fühlt sich stellenweise nicht danach an, als würde sich die Geschichte eben in ihrer eigenen Welt entwickeln oder richtig entfalten können. Sondern es wird mehr aufs Tempo gedrückt, weil eben das Drehbuch ein bisschen Stress hat. Äh, und ich bin trotzdem weiterhin gespannt auf das, was jetzt in den weiteren Folgen kommt. Dom, wie sieht's bei dir aus? Ja, in etwa ähnlich wie bei, äh, bei der letzten Folge. Ich fand die eigentlich sehr gut. Es, äh, vom Tempo fühlt es sich für mich angenehm entschlackt an. Ich hab kein Problem mit diesen, ja gut, jetzt ja am Ende mit Corlys Valerian, der sich für mich mal eben von, äh, von der einen Seite der Küste zur anderen gebeamt hat. Darüber kann man diskutieren. Aber nee, ähm, es ist, wirkt auf mich tatsächlich sehr konzentriert. Ja, natürlich hat es einen sehr klaren Fokus auf die Targaryen, aber das ist nun mal eben, der Name ist ihr Programm, sagen wir es mal so. Und, ähm, also ich finde sie, sie verlieren auch keine Zeit und ich, finde das Pacing hier tatsächlich sehr angenehm. Und sie finden trotzdem genug Zeit, also es ist, es ist nicht total plotforciert. Sie finden immer wieder genug Zeit für, für anschauliche Charaktermomente, für Interaktion, für auch, äh, äh, subtile Gesten im Intrigenspiel. Finde ich bisher ziemlich gelungen, tatsächlich. Alles klar. Dann bedanke ich mich ein weiteres Mal bei euch, ich war in meinen beiden Mitstreitern, Mitstreiterinnen. Britt-Marie, dich werden wir jetzt, also die nächste Folge, äh, die nächsten zwei Folgen wahrscheinlich, werden wir Sven hier zu Gast haben. Vielleicht, je nachdem, ob du natürlich, äh, dann noch weiter, auch über Folge 3 und 4 oder so hinaus, äh, dranbleibst, dann vielleicht dich auch nochmal zu einem späteren Zeitpunkt, wer weiß. Äh, danke auf jeden Fall, dass du hier mit dabei warst. Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Es hat viel Spaß gemacht. Jo. Und danke auch an dich, Dom, natürlich. Du wirst uns erstmal noch weiter, oder du wirst uns erhalten bleiben. Hatte ich mir so gedacht, ja, Feuer. Genau, dann bedanke ich mich auch bei euch, Zuhörerinnen. Ich hoffe, auch ihr habt Spaß mit dieser Ausgabe, mit unserer kleinen Besprechung zur zweiten Folge von House of the Dragon. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Valado Heeres. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir und die Redaktion des TeleStammfisch betreiben ein semiprofessionelles Podcastprojekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcastplattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.